Ich bin Kai und ich studiere Master Wirtschaftsingenieurwesen in der TUM. Wirtschaftsingenieurwesen ist ein wissenschaftlich sehr fundiertes Studium. Das Wissen wird in den Vorlesungen vermittelt, in den Übungen vertieft. Später kommen dann im wirtschaftlichen Bereich die Fallstudien und im technischen Bereich dann die vielen Praktika. Ich finde um Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren sollte man vor allen Dingen technisches und auch wirtschaftliches Interesse und vor allen Dingen einen großen Wissensdoss auf ein sehr gesamtumfängliches Studium haben. Die TU Ilmenau hat ein, ich finde sehr aktives Campusleben. Es läuft hier viel über die Vereine. Es gibt hier den Slogan Ilmenau ist das was du daraus machst. Demnach findet jeder etwas was ich selbst total einbringen kann. Was ich auch in Ilmenau super finde sind Sportangebote. Wir haben ein, finde ich, toll ausgestattetes Universitätssportzentrum und Kletterwand und dazu eine tolle Außenanlage. Ich persönlich liebe vor allen Dingen unseren Kampfsportraum. Ich habe mich in meinem Masterstudium auf Supply Chain Management und Produktionstechnik vertieft, da ich später gerne als Wirtschaftsingenieur in der Industrie arbeiten würde, um direkt an den Prozessen, an der Wertschöpfung, an der Optimierung im Betrieb teilzuhaben. Am Abend gehe ich gerne in einen von den vier Studentenclubs. Ansonsten machen auch die Vereine viele coole Abendveranstaltungen und wenn es mal ein bisschen ruhig sein soll, gerne grillen auf der Mensawiese oder in so einem vielen Park. Wahrscheinlich wird es jedem Studi in Ilmenau mindestens einmal passieren, seine Dozenten abends im Club aus Versehen zu duzen. Das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an Wirtschaftsingenieurwesen denke, ist ein Adler, der über allem kreist und einen super Überblick über alles hat und überall mit helfen und unterstützen kann. Mein Studi gern im Wirtschaftsingenieurwesen in drei Worten, interdisziplinär, abwechslungsreich und interessant.